Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zu eurer kleinen Runde Zombie Apokalypse Ja, auf dem GOMM-LHD-Server. Ich glaube einige von euch sollten das schon kennen. Es geht einfach Zombies gegen Survivors. Man muss sich einfach gegenseitig umbringen und wenn man stirbt, dann wird man auch ein Zombie. Und ich bin jetzt gerade Survivor. Genau, so ist es eigentlich. Und ich werde es erstmal hier probieren mit unseren Freunden hier jetzt erstmal möglichst gut unser Schiff zu verteidigen. Denn hier rushen gerade schon Zombies rein. Alter, wow, alter Junge. Die sind ja ganz schön frech, die Lieben. Genau, und die Zombies respawnen immer, also die respawnen so lange, bis man hinten in ihrem Spawn einen Schalter umdreht. Das ist aber gar nicht mehr so einfach. So, und wenn man eben stirbt als Survivor, dann wird man auch Zombie, was relativ ungeil ist, finde ich. Ich finde nämlich Survivor besser. So, zack. Der abt alle. Und genau, wenn alle Survivors tot sind eben und alle nur noch Zombies sind, dann haben die Zombies gewonnen. Eigentlich recht simpel. Jetzt werden wahrscheinlich alle da rein rushen. Alter. Okay, jetzt. Ah. Ah, sterbt alle. Ich mag euch nicht. Die Zombies. So, okay. Zombies sind aber schon ziemlich böse dran. Die kommen ja gar nicht da raus. Alter, okay. Alter Junge. Stehen hier viele Leute rum. Okay, warte mal. Wir müssen uns eigentlich reinwagen. So, ich stelle mich mal auch hier vorne hin und hier alle möglichst raus wegzuschlagen, die ganzen Zombies. Vielleicht kommt dann einer rein. Die Zombies respawnen nicht mehr. Okay. Die Zombies respawnen nicht mehr. Alter, das ging aber schnell. Oh Gott, da ist jemand. Ist das ein Zombie oder ein Spieler? Ich glaube, es ist ein Zombie was. Oh, wir haben gewonnen. Okay. Alter, wir haben gewonnen. Yay. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Ich glaube, ich hänge einfach noch eine Runde hinten ran. Also, bis gleich. Tschüss. So, und da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Äh, Zombie World. Ja, wir sind immer noch Survivor und wir spielen wieder auf dieser häsligen Scheiß- R-Schlag-mich-tot-Map. Ähm, okay, das hier ist schon mal die falsche Seite. Ja, das ist, äh, Creeper-R heißt, glaube ich. Es gibt noch zwei andere Maps übrigens, für die Leute, die es noch gar nicht checken. Ja, und, ähm, genau. Da außen sind schon Zombies und ich probiere jetzt die mal ein bisschen hier zu erwischen. Oh, gleich zweimal getroffen. Okay, der ist scheinbar nicht zu geil mit dem Bogen. Und bleibt doch die ganze Zeit an einem Punkt stehen da. Jetzt hauen sie ab. Alle. Jetzt hauen sie alle ab. Oh, nee. Red Carrier, du wirst es nicht überleben. Fuck. Okay. Okay, ich habe gerade in die Wand geschossen. Ah, schon wieder. Lol. Ich schieße die ganze Zeit in die Wand. Das ist ja blöd. Okay. So, ich probiere die einfach jetzt erstmal mit dem Bogen ein bisschen wegzumachen. Aber wir haben auch gleich keine Pfeile mehr. Okay, ich habe ihn getroffen. Aber er mich auch, leider. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm. Okay. Der ist schon mal weg. Zack. Zack. Okay. Das Dumme ist halt nur, die respawnen die ganze Zeit. Das heißt, ich muss mich wohl auch gleich auf die Brücke wagen. So. Zack. Renn. Renn, renn, renn. Oh fuck. Der ist gerade gestorben. Das ist so gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, Junge. Was ist das für eine Zombie-Armee? Alter. Abhauen, abhauen, abhauen. Rückzug. Rückzug. Wow, wow, wow. Alter, die kommen alle auf einmal hier rein. Okay, den habe ich umgebracht. Okay. Ach, das sind nur normale Zombies, halt. Das sind doch kein Problem, Leute. So. Zack. Und. Ah. Manchmal sehen die auch einfach aus wie normale Steves, die Zombies. Das ist ein bisschen komisch. Okay, ich habe keine Pfeile mehr. Ähm. Beziehungsweise noch einen, aber den kann ich irgendwie nicht verwenden. Äh. Okay, ich bin das auch... Oh fuck. Okay, ich bin gestorben. Ich bin Zombie. Nein. Blöd. Okay. Ja, aber irgendwie macht mir das Survivor-Kill noch ein bisschen Spaß. So, hier. Stirb. So. Jetzt gerade noch unsere Freunde, jetzt unsere ärgsten Feinde. Ähm. So ganz normal. Zack. Zack. Also ich finde diese Spielmodi echt gut. Ich, äh, mache mir wirklich Spaß. Ähm. Ich probiere jetzt mal diese oberen Sniper-Lotte ein bisschen zu erwischen. Campen aber ganz schön, Leute. Die sind immer die fiesen, weil die immer sowas von Damage sind dort oben. Ich weiß gar nicht, wie man da hochkommt überhaupt. Okay. Okay. Leute, Leute, ey. Das sind ja so viele dort oben. Oh Gott. Alter. Leute. Ich wäre fast runtergeflogen. Ähm. Hätte mich fast selbst umgebracht. So. Und das Gute ist, als Zombie, wenn man keine Pfeile macht, kann man einfach sterben. So. Zack. Ach, den haben wir fast erwischt nochmal. Zack. Oh Gott. Der hat mich fast getroffen nochmal. Alter, wie viele Leben und Pfeile die haben, ey, Leute. Das ist ja unglaublich. Warum? Hä? Hä? Mich hat kein Pfeil berührt. Muss man nicht verstehen immer, aber. Okay. So. Zack. Zack. Ah Gott. Getroffen. Man sieht es meistens beim Bogen gar nicht gescheit, wenn man jemanden getroffen hat, sondern man hört es nur. Alter, alle sind da oben, ey. Alle snipen da oben. Das ist ja unglaublich. Solche hiesligen Huren-Söhne. Alter, ey. So, aber wir, wir snipen dir natürlich, wir holen dir natürlich die Hunde von dort. Ach, scheiße, jetzt geht die Sonne auf. Das ist richtig scheiße. Mit Zombies. Ähm. Ich renne mal kurz rein. Da hinten ist jemand. Ich habe ihn getroffen. Lol. Okay. Der wird sterben, der Typ. Habe ich gerade beschlossen. So. Einfach mal vorrennen. Ah. Renn, rennen, 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 rennen. Zack. Epische Battle. Habe ich gerade so richtig Bock drauf hier. Oh Gott. Oh. Stirb. So. Der ist gleich tot. So. Jetzt ist er ein Zombie. Okay. Okay. Alter. Alter. Wie ich die einfach upraged. Alter. Wie ich die einfach upraged gerade. Oh. Ich wurde getötet. Scheiße. Hä? Hä? Okay. Alter, jetzt haben wir ein bisschen getötet. Ja, wir haben verloren. Nein. Wir haben verloren. Mann. 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 Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt. Naja. Kann man nix machen. Mann. Muss ja auch mal. Hä? Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass der Schalter hier umgelegt wurde. Okay. Ist so blöd. Okay. Naja. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich in noch einer kleinen Runde wieder. Bis dann. Tschüss. So. Und da sind wir auch schon in der nächsten Runde zum Gemült. Ja. Wir sind immer noch Survivor und wir spielen wieder auf dieser häsligen Scheiß-R-Schlag-mich-tot-Map. Ähm. Okay. Das ist jetzt schon mal die falsche Seite. Ja. Das ist Creeper-R heißt, glaube ich. Es gibt noch zwei andere Maps übrigens. Für die Leute, die es noch gar nicht checken. Ja. Und ähm. Genau. Da sind die Zombies. Und ich probiere jetzt die mal ein bisschen hier zu erwischen. Gleich zwei Mal getroffen. Okay. Der ist scheinbar nicht so geil. Mit dem Bogen. Man bleibt auch die ganze Zeit an einem Punkt stehen da. Jetzt hauen sie ab. Alle. Jetzt hauen sie alle ab. Oh ne. Red Carrier. Du wirst es nicht überleben. Fuck. Okay. Okay. Ich habe gerade in die Wand geschossen. Ah. Schon wieder. Lol. Ich schieße sie jetzt in die Wand. Das ist ja blöd. Okay. So. Ich probiere die einfach jetzt erstmal mit dem Bogen ein bisschen wegzumachen. Aber wir haben auch gleich keine Pfeile mehr. Okay. Ich habe ihn getroffen. Aber er mich auch. Leider. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm. Okay. Der ist schon mal weg. Zack. Zack. Okay. Das Dumme ist halt nur, die respawnen die ganze Zeit. Das heißt, ich muss mich wohl auch gleich auf die Türke wagen. So. Zack. Renn. Renn, renn, renn. Oh fuck. Der ist gerade gestorben. Was ist denn los? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter Junge. Was ist das für eine Zombie-Armee? Alter. Abhauen. 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 Rückzug. Rückzug. Wow. 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 Alter. Die kommen alle auf einmal hier rein. Okay. Den habe ich umgebracht. Okay. Ach. Das sind nur normale Zombies. Das sind ja kein Problem, Leute. So. Zack. Und. Ah. Manchmal sehen die auch einfach aus wie normale Steves, die Zombies. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Ich habe keine Pfeile mehr. Ähm. Bis hier ist es noch einen, aber den kann ich irgendwie nicht verwenden. Äh. Okay. Ich bin jetzt auch. Oh fuck. Ich bin gestorben. Ich bin Zombie. Nein. Blöd. Okay. Ja, aber irgendwie macht mir Survivor Killen auch ein bisschen Spaß. So. Hier. Stirb. So. Jetzt gerade noch unsere Freunde. Jetzt unsere ärgsten Feinde. Ähm. So ganz normal. Zack. Zack. Also ich finde dieses Spielmodi echt gut. Ich, äh. Mache mir wirklich Spaß. Ähm. Ich probiere jetzt mal diese oberen Sniper dort ein bisschen zu erwischen. Campen aber ganz schön, Leute. Die sind immer die fiesen, weil die immer sowas von Damage sind da oben. Ich weiß gar nicht, wie man da hochkommt überhaupt. Okay. Alte Leute, ey. Das sind ja so viele dort oben. Oh Gott. Alter. Leute. Ich wäre fast runtergeflogen. Ähm. Hätte mich fast selbst umgebracht. So. Und das Gute ist als Zombie, wenn man keine Pfeile mehr hat, kann man einfach sterben. So. Zack. Ach, den haben wir fast erwischt nochmal. Zack. Oh Gott. Der hat sich fast getroffen. Alter. Wie viele Leben und Pfeile, die haben, ey. Leute. Das ist ja unglaublich. Warum? Hä? Mich hat kein Pfeil berührt. Muss man nicht verstehen immer, aber. Okay. So. Fuck. Zack. Ah Gott. Getroffen. Man sieht es meistens beim Bogen gar nicht gescheit, wenn man jemanden getroffen hat, sondern man hört es nur. Alter. Alle sind da oben, ey. Alle snipen da oben. Das ist ja unglaublich. Solche häsligen Huren-Söhne. Alter, ey. So, aber wir snipen hier natürlich. Wir holen hier natürlich Hunde von dort. Ach, scheiße. Jetzt geht die Sonne auf. Das ist richtig scheiße. Good Zombies. Ähm. Ich renne mal kurz rein. Da hinten ist jemand. Ich habe ihn getroffen. Lol. Okay. Der wird sterben. Der Typ. Habe ich gerade beschlossen. So. Einfach mal vorrennen. Ah. Rennen, 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 rennen. Zack. Epische Battle. Habe ich gerade so richtig Bock drauf hier. Oh Gott. Oh. Stirb. So. Der ist gleich tot. So. Jetzt ist er ein Zombie. Lol. Okay. Alter. Alter, wie ich die einfach uprage. Alter, wie ich die einfach uprage gerade. Oh. Ich wurde getötet. Scheiße. Hä? Okay. Alter, Zombies wurden getötet. Ja, wir haben verloren. Nein, wir haben verloren. Okay. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt. Naja. Kann man nix machen. Man muss ja auch mal. Hä? Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass der Schalter hier umgelegt wurde. Okay. Ist ja blöd. Okay. Naja. Da würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich in noch einer kleinen Runde wieder. Bis dann. Tschüss.